Herzlich willkommen hier aus Barcelona, der Heimat des Mobile World Congress MWC. Hier trifft sich in den kommenden vier Tagen unsere Branche, das heißt Mobilfunkunternehmen wie Otto Telefonica, Hardware-Anbieter, Netzwerkspezialisten, alles was das digitale Herz begehrt. Hier an einem Ort beim MWC in Barcelona. Rund 100.000 Besucher aus 200 Ländern, also wirklich der ganzen Welt, werden hier zum MWC nach Barcelona kommen, um über das zu sprechen, was die Branche gerade bewegt. Superschnelles 5G, konkrete Anwendungen für 5G, Open Gateway, Riesenthema für die Branche, aber natürlich auch Hardware-Neuerungen, transparente Laptops, transparente Fernseher. Wir haben davon schon viel gelesen, hier können wir sie sehen und ich hoffe auch ausprobieren. Der Flughafen ist voll, die Stadt ist voll, auf dem Plakat, auf dem Bildschirm, auf dem LED werden die neuesten Smartphones, Laptops, digitale Innovationen, wohin das Auge blickt. Experience the power of connection, das ist das Motto des MWC 2024 und wir werden in den nächsten vier Tagen hier aus Barcelona berichten vom MWC, was die Branche so zu bieten hat. Das ist das Motto des MWC, was die Branche so zu bieten hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020